Am Mikrofon Uta Rindfleisch Liebe Hörerinnen und Hörer, nächsten Sonntag wird in Taiwan das Laternenfest gefeiert, wobei das Nationale Laternenfest dieses Jahr in Taipei abgehalten wird. Als ich vor über 40 Jahren mein erstes Laternenfest in Taipei erlebte, war es üblich, dass man in Tempel, wie zum Beispiel den Drachenberg-Tempel ging, um Laternen zu bewundern, die aus Bambusstreifen und Papier hergestellt waren. Auch wenn in Schulen solche traditionellen Laternen noch hergestellt werden, sehen die heutigen Laternen zum Beispiel beim Taiwan Laternenfest, das dieses Jahr, wie gesagt, nach vielen Jahren wieder in Taipei ausgetragen wird, doch ganz anders aus. Es handelt sich oft um große Installationen mit LED-Lampen und Laserbeleuchtung. Doch auch die traditionellen Laternen damals wurden aus Sicherheitsgründen nicht mehr mit Kerzen, sondern mit Glühbirnen beleuchtet. Doch seit wann gibt es eigentlich in Taiwan Strom? Dies ist eine Frage, der derzeit zwei Ausstellungen in Taipei nachgehen, nämlich eine Ausstellung mit dem Titel Power Up – Das Zeitalter der Elektrizität in Taiwan in der Nanmen-Filiale des Nationalen Taiwan-Museums und eine Ausstellung über die erste elektrifizierte Bahn in Taiwan, eine Bahn, die für den Bau des Wasserkraftwerks am Sonne-Mondsee eingesetzt wurde, das wiederum den stetig steigenden Strombedarf während der Zeit der japanischen Kolonisation befriedigen sollte. Strom war vor der Ankunft der Japaner nicht völlig unbekannt gewesen. Der chinesische Kommissionär Liu Mingzhan brachte nicht nur die Eisenbahn nach Taiwan, sondern gründete neben dem Taipeer Osttor auch die Firma Xing Shi, die kleine Dampfkohlegeneratoren und mit deren Hilfe innerhalb der Stadtmauern erstmals auch elektrische Laternen aufstellte, um die öffentlichen Gebäude, die Stadttore und die wichtigsten Straßen zu beleuchten, denn in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts waren elektrische Laternen nach ihrer Erfindung weltweit der neueste Schrei. Sie symbolisierten Fortschritt und Zivilisation. Da die Straßenlaternen jedoch die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel schnell aufbrauchten, wurden sie bereits nach etwas mehr als einem Monat wieder abgeschafft. 1897 gründeten die Japaner mit der Taipe Electric Light Industry Corporation Taiwans erste Firma für elektrische Beleuchtung. Doch auch diese wurde ein Jahr später bereits wieder aufgelöst. 1903 wurde im zweiten Anlauf die Taipe Strom GmbH gegründet, die später als Taipe Stromwerkstatt dem Generalgouvernement unterstellt wurde. Im Oktober 1905 konnte bereits aus Anlass des Taiwan-Schrein Sesa Festivals auf der Siemensstraße mithilfe von 800 elektrischen Lampen ein Stadttor aus Licht geschaffen werden, den heutigen Lichtinstallationen möglicherweise gar nicht so unähnlich. Auch in den Anfangsjahren der Kolonisation wurde der Strom zunächst von Generatoren erzeugt. Doch die konnte nur eine sehr begrenzte Strommenge produzieren, weshalb Strom nur für öffentliche Gebäude eingesetzt wurde, die Privathaushalte mussten immer noch mit Öllampen auskommen. Für größere Strommengen war es also nötig, Kraftwerke zu bauen. 1905 wurde schließlich am Oberlauf des Sindien-Flusses das Guishan-Wasserkraftwerk eingeweiht, das erste von der Regierung betriebene Wasserkraftwerk. Der dort erzeugte Strom diente einerseits der Erschließung der umliegenden Wälder, andererseits konnten aber auch die Bewohner der drei frühen Siedlungen im heutigen Taipei, nämlich Bangka, Tuatjuta und das Gebiet innerhalb der Stadtmauern, Anträge auf die Stromnutzung stellen. Damals wütete in Europa der Erste Weltkrieg und Asien begann, Industrieprodukte nach Europa zu exportieren, was zu einer Ankurbelung der Wirtschaft führte. Nicht wenige japanische Unternehmen wollten daher auch in Taiwan investieren, doch trotz vielversprechender Anfänge stellte der Mangel an Strom ein großes Hindernis für deren Pläne dar, weshalb das Generalgouvernement mit der Planung des Baus großer Kraftwerke begann. 1916 wählte dessen Amt für Hoch- und Tiefbau den Sonne-Mondsee in Zentral-Taiwan als den Ort für den Bau eines groß angelegten Wasserkraftwerks aus. Die Wahl war auf diesen See gefallen, weil er einerseits recht zentral liegt und von dort aus der Strom sowohl in den Norden als auch in den Süden geleitet werden konnte, andererseits, weil man gute Chancen sah, für einen beständigen Wasserpegel in diesem See zu sorgen. Einerseits sollte der Höhenunterschied zwischen dem Westen des Sees und dem 320 Meter tiefer gelegenen Schwellibach für die Stromerzeugung genutzt werden, andererseits wollte man vom Oberlauf des Chor-Schwe-Flusses durch einen Wassertunnel dem See Wasser zuführen, ein Plan, der nicht nur sehr teuer war, sondern für den auch viele Arbeitskräfte benötigt wurden. Man ging zwar davon aus, dass nach Fertigstellung des Kraftwerkes 100.000 Kilowatt Strom erzeugt werden könnten, doch der Bau sollte mehr als 48 Millionen japanische Yen verschlingen. Um das Problem der hohen Kosten für den Staat zu lindern, wurde 1919 die halbstaatliche Taiwan-Stromgesellschaft gegründet. Sie verfügte über ein Kapital von 30 Millionen japanischen Yen. 12 Millionen davon machten Kraftwerke aus, die das Generalgouvernement bereits erbaut hatte. Die restlichen 18 Millionen sollten durch die Ausgabe von Wertpapieren aufgebracht werden, was tatsächlich gelang, denn die waren in kürzester Zeit verkauft. Daran kann man ersehen, dass die Bevölkerung ein großes Interesse am Bau eines solchen Kraftwerkes hatte. Allerdings ging danach nicht alles so glatt wie die ursprüngliche Geldbeschaffung, denn die Bauarbeiten wurden vom Einsetzen der Weltwirtschaftskrise, die die Materialpreise und die Arbeiterkosten in die Höhe trieb, und dem schweren Erdbeben von Kanto 1932, dass die japanische Wirtschaft zusätzlich ins Chaos stürzte und dazu führte, dass abgesprochene Bankkredite nicht mehr ausgegeben wurden, beeinträchtigt. 1926 wurde der Bau zunächst eingestellt. Die eigens für den Transport von Materialien für den Bau des Kraftwerkes errichtete Eisenbahnlinie zwischen Ershui und Chichang, die heute noch bestehende Zizi-Linie, wurde an das Eisenbahnamt verkauft und mit dem Kapital, das der Verkauf einbrachte, in Taipei das Sungshan-Kohlekraftwerk errichtet. Da der Bedarf an Strom dennoch weiterhin bestand, wurde der Plan 1929 einer erneuten Bewertung unterzogen und die Finanzierung mithilfe eines Ausland-Schuldenpakets abgesichert, sodass die Bauarbeiten 1931 wieder aufgenommen werden konnten. Für den Bau dieses Kraftwerkes mussten geschätzt 740.000 Tonnen Materialien wie Zement, Eisenstangen, Ziegel, Holz, Sand und Steine transportiert werden. Dafür wurde nicht nur die eben erwähnte Eisenbahnlinie erbaut, sondern auch eine einfache Seilbahn und die oben erwähnte erste elektrische Bahn in Taiwan, deren Hauptlinie etwa 30 Kilometer lang war und eine Steigung von 33 Prozent überwinden musste. Ursprünglich hatte es sich beim Sonne-Mondsee übrigens um zwei Seen gehandelt, deren Wasserpegel jedoch durch den Bau von zwei Staudämmen um 25 Prozent anstieg, sodass sie zu einem See verschmolzen. Nach der Fertigstellung dieses Kraftwerks 1935 verdreifachte sich der inselweite Stromausstoß. Der Strom wurde mithilfe von 350 Kilometer Hochspannungsleitungen in den Norden und Süden Taiwans geleitet. Dadurch wurde die Gründung von Stahl- und Aluminiumfabriken ermöglicht. Bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts lieferte dieses Wasserkraftwerk über 70 Prozent des in Taiwan produzierten Stromes. Es stellte also das Rückgrat der Stromversorgung in Taiwan dar.